Lissi, aus der Schweiz. Ich habe in der Schweiz gespielt, für die Zähne, für Zürich und dann bin ich nach Freiburg und danach sieben Jahre in Sand. Das normale, wo wahrscheinlich jeder Schweizer jemandem Fremden sagt, ist wohl Kuchenkästchen. Und die Frage, Kartoffelpüree. Wahnsinn, also wirklich positiv, überrascht und es gefällt mir sehr gut. Ich würde es meinen für meine Familie, Freunde und natürlich für meine Mitspieler auf dem Platz. So vielleicht? Bayern München und ich bin es immer noch. Mein Bruder ist mein Lieblingsbruder. Er ist auch mein einziger Bruder und mein Vorbild. Nike, es gibt nur Nike bei mir. Definitiv rot. Ja, ich kenne noch nicht alles, aber der Rathausplatz gefällt mir sehr gut mit dem Schauspiel zusammen. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsplatz geworden. Im Sommer in der Sonne am liebsten und jetzt bei meiner Familie. Und auf dem Sofa ist der Netflix-Sharm das Ziel. Well, leco mio! Und du stellst jetzt so eine Frage. Wann sieht man das?